Untertitelung. BR 2018 Wir schenken ihr rosa Druckerpapier, das wird sie sicher freuen Und gleich darauf noch ein paar Gerüchte streuen Naiv genug, um zu denken Sie könnte Schmetterlinge furzen Und keine Gedanken daran verschwenden Sie könnte ihren Griff benutzen Und ich sagte vier kein Nein Das war nur nett gemein Sie lässt mich machen, wenn ich sie frage Denn sie setzt sich ja zu schwach, um ihre Taschen zu tragen Dabei wollte ich nicht ihren Hintern streifen Beide Arbeit nur unter die Arme greifen Und so lässt es sich nicht vermeiden Dass sich unsere Gehälter unterscheiden Naiv genug, um zu denken Sie könnte Schmetterlinge furzen Und kein Gedanken daran verschwenden Sie könnte ihren Griff benutzen Niemand zieht vor dir den Hund Ihre Arbeit macht sie nur für ne Frau ganz gut Komplimente gibt's nur für den Aussehen Aber ohne sie würde da an dir nichts drauf gehen Keine Chance jemals aufzusteigen Denn die Uterus sind in den Ziehen bleiben Und zum Geben vom Befehl Während ihr wohl die Eier quälen Naiv genug, um zu denken Sie könnte Schmetterlinge furzen Und kein Gedanken daran verschwenden Dann sie könnte ihren Griff benutzen Das wird ein Hit